Fette Karren, kantige Typen und jede Menge cooler Sprüche. Dafür steht das Fast & Furious-Franchise seit mittlerweile über 23 Jahren. Zehn Filme lang verfolgen wir nun schon die Geschichte von Dom Toretto und seiner Familie, die sich immer wieder absolut halsbrecherischen Missionen stellen müssen. Nun ist mit Fast & Furious 11 allerdings das Ende ihrer Reise in Sicht. In diesem Original erfahrt ihr alle Infos und Gerüchte, die zum kommenden Actionkracher die Runde machen. Die Story von Fast & Furious 11 wird stark davon abhängen, ob noch weitere Filme der Hauptreihe folgen werden. Das ist nämlich aktuell alles andere als klar. Bei der Premiere von Fast X sprach Vin Diesel noch davon, dass man die Reihe mit einem dreiteiligen Finale beenden wolle. Inzwischen wurden diese Erwartungen deutlich gedämpft. Nach dem mäßigen Erfolg von Teil 10 soll die Reihe nun vorerst mit dem nächsten Film beendet werden, von potenziellen Spin-Offs mal abgesehen. Ändern könnte das wohl nur eine völlig überragende Performance an den Kinokassen. Zum Ende der Fast & Furious-Geschichte passen die Gerüchte, dass man sich mit der Story auf die Wurzeln des Franchise zurückbesinnen möchte. Statt weltumspannenden Missionen stehe nun ein letzter großer Coup im Fokus. Möglicherweise können wir uns sogar wieder auf die guten alten Viertelmeilerennen freuen. Jason Momoa versicherte gegenüber CinemaBlend, dass uns wieder mehr klassische Autorenn-Action bevorstehen soll. Diese habe er in Fast X sehr vermisst. Das wäre im doppelten Sinne schlau. Zum einen dürfte es dabei helfen, die Kosten des Films wie gewünscht zu reduzieren, zum anderen beklagen die Fans ohnehin seit Jahren, dass die Filme zunehmend zu alberner Comic-Action verkommen. Eine Rückkehr zum Charme der alten Filme wäre bei vielen sicherlich mehr als willkommen. Über die Jahre ist der Cast des Franchise immer weiter angewachsen. Zuletzt stieß Jason Momoa in Fast & Furious 10 als Bösewicht Dante Reyes dazu. In den Augen vieler Zuschauer war er ein echtes Highlight des Films. Umso erstaunlicher, dass seine Rückkehr auf ziemlich wackeligen Beinen steht. Verleiher Universal Pictures scheint nämlich darüber nachzudenken, den Star komplett aus dem Film zu streichen und einen gänzlich neuen Schurken einzuführen. Angeblich war Vin Diesel nicht allzu erfreut darüber, dass Momoa den anderen Figuren so sehr die Show gestohlen hat. Es wäre nicht das erste Mal, dass solche Querelen für den Rauswurf eines Charakters sorgen. Wir erinnern uns etwa an den Streit zwischen Diesel und Dwayne Johnson. Allerdings gibt es auch schon erste Ideen für einen neuen potenziellen Gegenspieler. So wünscht sich Vin Diesel hierfür Oscar-Preisträger Robert Downey Jr. Dieser würde eine Figur verkörpern, die im kompletten Kontrast zu Dom und seinen Werten steht. Ein reicher Technik-Gigant, der ganz auf KI-gesteuerte Fahrzeuge setzt. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass der Cast rund um Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson und Jason Statham erneut zurückkehren wird. Teil 10 endete allerdings mit einem riesigen Cliffhanger. Das tatsächliche Schicksal vieler Figuren ist daher ungewiss. Dafür wird allerdings Dwayne Johnson alias Luke Hobbs endlich wieder in das Franchise zurückkehren. Die Post-Credit-Szene des Vorgängers deutete das bereits an. Inzwischen wurde ein Comeback offiziell bestätigt. Jason Momoa wird wohl trotz allem noch einen weiteren Auftritt erhalten, und zwar in dem bereits bestätigten Spin-Off-Projekt Fast & Furious Presents Hobbs & Race. Das Ganze soll dabei als Brücke zwischen dem 10. und 11. Film dienen. Wenn Fast & Furious 11 tatsächlich das große Finale der Reihe darstellen soll, steht auch eine weitere Möglichkeit im Raum. Der Tod von Dom Toretto. Das wäre für viele Fans sicherlich ein großer Schock, würde aber zur heroischen Art der Figur passen. Immerhin riskierte er schon mehr als einmal sein Leben für die Familie. Mit dem Ableben von Vin Diesels Figur würde man auf jeden Fall einen dicken Schlussstrich unter der Saga ziehen. Was nicht heißen muss, dass Dom nicht in dem ein oder anderen Spin-Off noch mal auftauchen könnte, ausgeschlossen ist in der Reihe bekanntermaßen nichts. Gerüchteweise soll bei Fast & Furious 11 ordentlich beim Budget gespart werden, um den Film profitabler zu machen. Die Reihe hatte zuletzt von Teil zu Teil weniger Geld eingespielt, auch wenn sie immer noch relativ erfolgreich waren. Fast & Furious 10 spielte weltweit rund 705 Millionen US-Dollar ein, bei reinen Produktionskosten von über 340 Millionen. Eine grobe Faustregel für Blockbuster lautet jedoch, ein Film muss etwa das zwei- bis dreifache seiner Produktionskosten einspielen, um Gewinn abzuwerfen. Laut Hollywood-Insider Jeff Snyder soll das Budget für den neuen Film deshalb bei maximal 200 Millionen Dollar liegen, also weniger als zwei Drittel des Vorgängerbudgets. Die Regie übernimmt wie bei Teil 10 Transporter-Altmeister Louis Leterrier. Er hatte die Reihe nach dem Abgang von Justin Lin übernommen, der seit Tokyo Drift dabei war. Laut aktuellem Stand soll Fast & Furious 11 am 4. April 2025 in den US-amerikanischen Kinos erscheinen. Da allerdings noch nicht einmal die Dreharbeiten begonnen haben, ist eine Verschiebung relativ wahrscheinlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Spin-off Hobbs & Rays vermutlich sogar noch vorher erscheinen soll. Der offizielle Titel des Films lautet übrigens Fast X Part 2 und bleibt damit der kuriosen Linie treu, dass kein einziger Film der Reihe nach der gleichen Logik benannt ist. Bei elf Filmen eine echte Leistung. Im Deutschen werden die Filme allerdings seit Teil 6 nur noch durchnummeriert. Wir rechnen also hierzulande mit einem simplen Fast & Furious 11. Was meint ihr? Feiert ihr das Ende der Reihe mit einer Rückbesinnung auf die Anfänge? Oder dürfte die abgedrehte Action gerne so weitergehen wie in den letzten Jahren? Und welcher Teil ist euer persönlicher Favorit? Erzählt es uns in den Kommentaren und lasst dem Video ein Like da, wenn euch unsere kleine Vorschau gefallen hat!